Die Sendung wurde live untertitelt. 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 getroffen haben, denn das römische Reich noch der Meinung war, ich unterliege und braucht keiner. Hup! Das wird lustig. Nicht mit der blöden Steuerung. Das sind ja noch Sackgesichte. Jetzt machen wir hier die Seite zu, weil es von mir aus einfacher wäre. Der hockt immer so schön mit so Batman-Style, oder? Wie ein kleines Kind, das dringend aufs Klo muss. Was ist das denn? Nein, 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 nein. So, jetzt. Ey, Alter. Mensch. Ich hab doch gesagt, mit der Steuerung wäre das speziell. Alter. Du sollst springen. Ich weiß, ich würde auch nicht rüberspringen. Ja, toll. Das war nicht schlau. Die könnten ich auch mal gern haben. Ich würde auch nicht rüberspringen. Also, darüber springen. Da muss jemand anderes halt die Templer stoppen. Wer weiß, wie alt das Holz ist. Das haben Italiener gebaut. Das sind schon mal zwei sehr gute Gründe, das nicht zu machen. Und schwingen, und schwingen, und schwingen. Wie so ein kleines italienisches Klammer-Äffchen. Und schwingen. Ja, und wie jetzt weiter? Ich gehe da von allein weiter? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob das in der Situation wirklich hilfreich ist. Das ist aber lieb von dem Spiel, dass wir von sowas irgendwie nicht sterben. Dann immer so einen Notpunkt noch bekommen. Das kann dauern. Ah, einfach in der Bewegung. Alter, 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 alter. Mensch, so wahrscheinlich ist so bei dem Entwicklung von Teil 1 der Name Altaïr entstanden, weil irgendein Entwickler immer... Alter, 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 alter. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so schlau. Ach, komm. Ach, Mann. Naja, grundsätzlich lief es ja schon mal gar nicht so schlecht. Nur, wie habe ich das gemacht? Mit dem... Mit bei der ersten Stange. Ja, wenn man nicht erst mal hängt, dann lässt es sich einfach bloß noch ohne Falle, wie so ein nasser Sackpasta. Na, wahrscheinlich ist so die Pizza entstanden. Irgendein Italiener hat einen anständigen Kuchen fallen gelassen. Toll, jetzt habe ich das Main Theme von Black Sails als Ohrwurm. Super. Naja, es gibt Schlimmeres. Ah, einfach in der Bewegung, immer weiter. Ja, ja. Bedingt. Ja, das... Ja, und wenn er erst mal... Ja, toll. So, wenn er erst mal nicht sich weiter bewegt, sondern da hängt, dann ist Schicht. Da macht er gar nichts mehr. Ah, der Trick, Freunde der Nacht. Der Trick ist, im Prinzip darf man die Leertasten nicht loslassen. Das hat was von Indiana Jones. Hoffentlich kommt kein Indie-Falle. Ja, jetzt bin ich hier und jetzt... Ja, das ist... Ach, nee, okay, das ist so unten drunter. Okay, 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 okay. Ja, ist ja gut. Mein Name, das ist die Kletterpartie. Ja. Ah, da ist ein Schalter, der gut. Das ist ja tricky, dass das nach all den Jahrhunderten noch funktioniert. Und das hat natürlich von denen keiner mitbekommen. Großartig. Ähm, war das jetzt ganz unten? Ja, eigentlich schon, gell? Es gibt Leute... Wie lange müssen wir hier stehen, Zaffirio? Es ist kalt. Was willst du, Hilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Boah, das ist mal ein schönes Portal. Wenn ich mal Knete... Irgendwie an Knete kommen sollte. Ich weiß zwar nicht, wie, aber wenn, dann möchte ich so ein Portal haben. Und zwar an der Tür zu meinem Badezimmer, ja, zum Porzellanthron. Da denkt jeder, boah, was ist hinter dem Portikus verborgen? Und dann schwingt die massiven Flügel auf, und es erstrahlt der Porzellanthron. So. Ähm, ich nehme an, das wäre nicht doof, die Medizin zu nehmen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt den ganzen Weg wieder zurückgeschwungen hätten, wie sind die all jenisches Klammer-Effchen. Hm. Die Pfütze sieht tief aus. Wir gucken uns erst mal um. Aber ich nehme an, das Wasser ist die Lösung. So. Ja, schön. Also, ist auf meiner Liste von Dingen, die, wenn ich mal irgendwie an Knete kommen sollte. Äh, da oben ist auch irgendwas. Da ist wieder so eine Hüpfpassage, nämlich schon da oben. Ja, da oben ist irgendwas. Aber wieder hochkommen. Komm. Warum glitz? Warum glitz denn der Haufen? Ach, das ist so ein, so ein, ach, das ist so ein Todessprunghaufen, oder was? Ja, stürzt sich rein, Junge. Hab Spaß. Ähm. Ah, da geht's lang. Also das Wasser hat doch nicht die Lösung. Wir checken mal das Wasser. Hüpf. Also das Wasser ist nicht die Lösung, weil es wenigstens mal sauber kommt. Ach, guck mal an. Der ist nass und jetzt trieft er. Das ist ja mal schick. In den meisten kommen die Widerspiele, da sind die, sind die Putze, sind die staubtrocken, wenn die aus dem Wasser rauskommen. Das ist doch mal schön, das Detail. Na, wir lassen dann rennen, die kleine Italiener, da trockte der auch wieder. Das ist mit so einem, die italienische Auto, genau so. Da, das ist ja, äh, es geht, das war nicht die Lösung. Gott, wir müssen irgendwie wieder hoch, nehme ich an. Ja, ich weiß auch nicht recht. Ah, so lang? Ah, okay, warte mal. Nein! Alter! Alter! Das wäre, kaputt. Wohin ist der verschwunden? Das wäre die Gelegenheit gewesen. Er kommt mir bekannt vor. Wo hab ich den bloß schon gesehen? Äh, bei deiner Mut... Mist, der ist all glatt. Bei deiner Mutter habe ich es zum Beispiel schon gesehen. Schneller! Da ist der! Auf ihn! Warum Attentat, wenn man es auch einfach runterwerfen kann? So, mit dem Anschleichen hat es das Spiel ja nicht so, gell? Aber das Schöne ist, dass die fast alle taub sind. Die haben ja mitgekriegt, wie ich das Portal aufgemacht habe, das riesige... mit ihren riesigen Gegenwischen. Ich hab doch gewusst, das ist hier wie so ein Klettergedöns. Trübe ist es, Schwengelpump oder irgendwie sowas. Also ich frag mich echt, was das mal war. Also in den Katakomben ist das irgendwie nett. Also wer hängt denn Banner in die Katakomben? Ja, der Trick ist echt, einfach Leertaste gedrückt halten, dann macht der eh alles automatisch. Und ich brech mir die ganze Zeit ab. Hoffentlich stand da niemand drunter. Oh, eine Kiste. Super. Oh Mann, ey, das ist so... Ich hasse das. Diese... Nein, du sollst ja schon runter. Ja, auf, hör. Jetzt stell dich nicht so an. Lass los. Ein geheimer Bereich, wow, war der geheim. Ich bin sprachlos wie geheim, der war. Die haben nur vom Zugokki tun mir schon die Arme weh. Dies ist nicht die Lösung. Das geht anders. Tja. Ich würde sagen, der Sarg ist die Lösung. Nein, Alter! Deshalb ist da das Wasser. Ach. Nächstes ist er ins Wasser gesprungen. Wobei, wenn ich nicht auf der Seite bin, können wir mal gucken, aber ich habe so meine Zweifel. Ach, guck mal, hier geht der Todessprung runter in den Strohhaufen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, wenn man in die Katakomben geht, die ja verlassen sind und mit alten römischen Zeichnungen versehen. Warum liegt da Stroh? Der eine oder andere erkennt jetzt die Anspielung und jetzt bringe ich natürlich die ultimative Antwort. Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt. So. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Die große Frage ist doch, irgendeiner muss das ja mal gebaut haben und sich dabei was gedacht haben. So. Jetzt nächster Schritt. Tja, an den Balken da wird er sich nicht festhalten, oder? Und die Seile wird er auch ignorieren, nehme ich an. Tja. Hier ist guter Rat teuer. Da ist aber was. Da ist so eine Querstange. Jawohl. Die nimmt er. Nein, 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 Alter, 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 Alter. Nein, nein, nein. Bein, der wäre wieder runtergepotzt. Bei Jim Perk hat man immer gesagt, Overacting. Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe.